Ja, ich möchte meine Überlegungen eigentlich in vier Schritten darbieten. Der erste Schritt ist der, dass ich von 2003 bis 2005, zweieinhalb Jahre, Vizepräsident für Planung und Strategie der Universität des Saarlandes war und war verantwortlich für die Umstellung von einer kameralistischen Rechnungslegung auf die doppelte Buchführung, auf die Doppik, auf einen Globalhaushalt. Und das war gleichzeitig, Führung übrigens damals Frau Präsidentin Prof. Wintermantel, die das mitgetragen hat, aber sicherlich war derjenige, der als kaufmännischer Chef, also quasi als Finanzvorstand der Universität fungiert hat, federführend diesbezüglich. Und es ging damals darum, im Ergebnis neben dieser Umstellung auf den Globalhaushalt auch eine Budgetkürzung von etwa 155 auf 140 Millionen Euro vorzunehmen, gut 15 Millionen. Man wusste übrigens gar nicht ganz genau, ob man 155 oder 160 Millionen ausgibt. Es können auch 20 Millionen gewesen sein. Das heißt, ich war in sehr schwierigen Zeiten damals, vor zehn Jahren nochmal, verantwortlich für eine gut zehnprozentige Budgetkürzung. Und ich kann aus der Geschichte berichten, das war eine absolute Kernerarbeit mit dem Ziel, eine leistungsfähige Universität des Saarlandes zu erhalten. Und das ist in unzähligen Gesprächen, Verhandlungen, Sitzungen, 100 Stunden, Wochen tatsächlich auch gelungen. Und das noch in der alten Universitätsstruktur, in der wir noch nicht diese modernen Managementprinzipien beachtet haben in der Führung wie heute. Basis der differenzierten Kürzungen waren die Leistungsmerkmale aus Lehre und Forschung sowie Dienstleistungen für das Land. Und auch damals gab es massive Forderungen aus der Universität, in der Universität und in der Medienwelt zu fokussieren, ganze Fachbereiche zu schließen. Das sollte als Allheilmittel dienen. Und es hat sich, da wir es anders hingekriegt haben, ich darf nochmal sagen, 15 Millionen bis 20 Millionen als blanker Unsinn erwiesen. Die zweite Stellungnahme, oder der zweite Bereich meiner Stellungnahme, bezieht sich auf die Entwicklung der Universität seitdem. Offensichtlich ist das Budget von 141,3 Millionen auf inzwischen 184 Millionen Euro gestiegen. Das sind gut 30 Prozent. Gleichzeitig ist das Budget der Wirtschaftswissenschaft bei 6 Millionen geblieben, das unserer Fakultät bei 12. Das heißt, in anderen Bereichen wurde um etwa 35 Prozent aufgestockt. In unserem Bereich blieben die absoluten Zahlen gleich. Wenn man nun betrachtet, dass eine Kürzung von 184 auf 178 Millionen vorgenommen wird, 6 Millionen, dann mutet das geradezu gering an im Vergleich zu dem, was vor zehn Jahren gekürzt wurde, sind 3 Prozent. Es werden keine Kostensteigerungen in Zukunft mehr ausgeglichen. Damals wurde auch nur die Hälfte der Lohnsteigerungen ausgeglichen. Trotz allem, 6 Millionen gegen 15 bis 20 Millionen. Wenn man einen ausgewogenen, einen klugen kaufmännischen Plan macht, mit den Menschen redet, wenn man deren Befindlichkeiten sieht, dann ist es völlig problemlos, diese 6 Millionen im Sinne eines ehrbaren Kaufmanns durch Kürzungen in allen Bereichen, vielleicht durch auch stärkere Kürzungen in einzelnen, kleineren Bereichen zu realisieren. Aber dazu ist ein kluges, ausgewogenes kaufmännisches Verhalten auf der Basis der ehrbaren Kaufmannsdefinition nötig. Nochmals, auch damals gab es Forderungen zur Schließung einzelner Bereiche und ganz massive Forderungen. Und es war nicht nötig. Und das Volumen war ein eindeutig wesentlich größeres, als das, was jetzt im Gespräch ist. Mein dritter Gedankengang, der Plan des Wissenschaftsratswirt, das wollten Sie ja eigentlich von mir auch hören, von der Wirtschaft, um es ganz vorsichtig auszudrücken, mit Entsetzen aufgenommen. Der Begriff Katastrophe für das Saarland fällt permanent, egal mit wem man redet. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechnungswesen, verantwortliche Unternehmer, Vorstandsvorsitzende. Man muss einfach sagen, die Leistungskriterien der Saarbrücker Wirtschaftswissenschaft an unserer Universität sind weit überdurchschnittlich, sowohl im Vergleich mit anderen Wirtschaftswissenschaften außerhalb anderen Universitäten, aber auch im innerfachlichen Bereich. Lassen Sie mich nur ein paar kleine Beispiele bringen. Das Renommee in der Wirtschaft ist gewaltig, der Saarbrücker Betriebswirtschaft. Unsere Absolventen, obwohl es so viele sind, werden vom Markt regelrecht aufgesogen. Dieser Tage wurde ich wieder mehrfach von Partnern aus der Wirtschaftsprüfung im Saarland angesprochen. Haben Sie mir nicht jemanden? Die Leute sind weg, bevor sie da sind, sozusagen. Das ist unvorstellbar. In einem Forschungsranking, Rechnungswesen, Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung, im German Economic Review 2008, haben wir unangefochten im deutschsprachigen Bereich Platz 1 belegt. In einem Forschungsranking im Bereich Mittelstand, Unternehmensgründung, in der Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 2011, ist Platz 2 im deutsch-österreichisch-schweizerischen Bereich herausgesprungen. Autoren aus unserem Bereich wurden in einer Rezension 2012 als Professoren, der für ihren exzellenten Fachbereich Rechnungswesen und betriebliche Steuerlehre bekannten Universität des Saarlandes bezeichnet. Das war ein Buch von Bikus Malwaschbusch. Und schließlich zum Aspekt Service für das Land. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Gerade dieser Tage hat mich Bundesminister Heiko Maas, mit dem ich viel in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsminister, zu tun hatte, für die sehr konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit gelobt oder sich bei mir bedankt. Und dieser Dank geht übrigens in gleichem Maße auch an Herrn Minister Maas zurück. Mein vierter und letzter Gedankengang. Die Argumente unseres Fachbereichs, die sicher an anderer Stelle schon genannt wurden, sind stichhaltig. Der Plan des Wissenschaftsrats führt zum Konzept der schon ganz als eindeutig gescheitert anzusehenden Gesamthochschule. Der Wissenschaftsstandort im Bereich Wirtschaftswissenschaft Saarland wäre akut gefährdet. Die Universität bildet die Absolventen, das war für mich wirklich sensationell, kostengünstiger aus als die HTW. Selbst unter diesen Aspekten ist der Vorschlag irgendwo eigenartig. Die Nebenwirkungen, Wegfall, Hochschulpaktmittel, wurden von unserer Seite, glaube ich, auch entsprechend erwähnt. Die Differenzierung Universität-Fachhochschule ist jahrzehntelang gewachsen, hat ihre guten Gründe, sind zwei verschiedene Dinge. Ist ein Aliot, ist auch gut so. Beide haben ihren Anwendungsbereich, ist auch meine ganz eindeutige Meinung. Wenn dann das Gutachten allerdings schreibt, dass für die meisten Bedarf, ich muss kurz in die Wörtlichkeit gucken, die HTW-Absolventen ausreichend qualifiziert sind, dann wird das in der Wirtschaft, ich sage es mal vorsichtig, als groteske Formulierung aufgefasst. Wenn Sie die beiden Hauptargumente von mir noch einmal hören wollen, die Saarbrücker Wirtschaftswissenschaft an dieser Universität ist sehr leistungsfähig und bei Realisierung des Konzeptes aus dem Bereich des Wissenschaftsrats kommt kein junger Mensch mehr freiwillig hierher, um Wirtschaft zu studieren. Die jungen Saarländerinnen und Saarländer werden abwandern und wenn man die demografische Entwicklung sieht, dass wir gerade demnächst um die klugen jungen Köpfe kämpfen müssen, unsere Wirtschaft, dann kann man das alles machen. Eigentlich nicht richtig nachvollziehen. Ich denke, das sieht die Wirtschaft so. Die Realisierung dieses Vorschlags hätte unabsehbare negative Folgen für das Saarland. Und wenn ich das noch sagen darf, wer sich, wie ich, für diese Universität wirklich eingebracht hat und vor zehn Jahren auch als Vizepräsident für Planung und Strategie, der empfindete schon als besondere intellektuelle Leistung, die Umwandlung eines Leuchtturms in eine Turmleuchte als Rettungsweste und Rettungslicht vorzuschlagen. Die Alternative wäre von klugen Politikern ein ausgewogener Sparplan, der formuliert und realisiert wird, mit den Leuten besprochen wird. Das, was ich damals übrigens auch federführend gemacht habe in der Universität selbst, übrigens auch mit Unterstützung von Herrn Minister Jürgen Schreyer, den ich auch sehr geschätzt habe. Wer einen Leuchtturm in eine Turmleuchte verwandelt, wird sich nicht wundern dürfen, wenn das Schiff auf einen Riff läuft. Es wird unvermeidlich sein.